wie ihr sehen könnt eine runde racer clicker simulator ihr seht schon dass wir hier aktuell gerade die zeit abläuft wir können auch mal gerne fahren ich weiß nicht ob das jetzt bringt also keine ahnung ich mache es trotzdem mal kurz was ich auf jeden fall sagen will ist ich möchte mir ja dieses 50.000 euro also flaggen holen allerdings dauert ein bisschen weil ich noch ein bisschen hier langsam und muss ich kann auch mal kurz gucken sie sind viel ja 30 minz drei stunden irgendwas 70.000 was okay 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 so haben wir denn hier irgendwas für die pets wie viel brauchen wir zum über 50 gehen wir mal hier drauf okay wir müssen jetzt mal klicken ich habe leider meinen auto klicker irgendwie nicht mehr weswegen ich jetzt hier einfach so klicken muss aber funktioniert ja auch genauso gut wie sonst das heißt da passt so perfekt und go so let's go okay gehen wir mal los in der hoffnung dass wir jetzt irgendwie alles hier erreichen keine ahnung wir sind hier gerade wir rasen ja auch gleich durch wenn wir die 35 dinge mal erreicht haben so dauert leider ein bisschen weil man irgendwie zu lange brauchen zu beschleunigen weiß ich nicht warum keine ahnung aber ja da jetzt sind wir hier bei 100 bei 10.000 schon gleich haben die 35 erreichen dann sind wir sehr schnell so 35 jetzt gleich erreicht das ist nämlich unser maximum so jetzt haben wir den maximum das maximum man ist das meine erreicht so perfekt können wir uns hier eigentlich hat ein neues kaufen kostet 100.000 ok jetzt sind jetzt rasen wir hier nochmal durch aber ich schaffe das sogar noch ein zweites mal hier durchzukommen ich habe mir jetzt übrigens die neue also die switch geholt die hatten größeres display also praktisch die ohne variante das ohne led man eigentlich heißt es ja oled modell geholt und ja und wir definitiv sind auch spiele dafür aber dauert noch ein bisschen so noch 20 sekunden ja dort schaffe ich definitiv so und zack durch wir haben auch gleich die 50.000 erreicht das ist nämlich sehr geil dann können wir nämlich die kaufen so wir sind dass ich jetzt bei 5000 angekommen ok ja jetzt fliegen wir gleich raus und zack ja moment können wir jetzt hier nur warten weil wir hier aktuell nichts brauchen also man kann ja auch events machen ich würde sagen wir machen wir machen erst mal nicht die events aber ich kann ja mal gucken was wir hier so alles haben okay mega ah hier können wir drehen ich drücke den nebenbei man drauf und gucken was wir bekommen wir haben fast das op-pad bekommen das ist doch zum heulen wir hätten fast das op-pad gekriegt das ist doch jetzt nicht wahr und wir sind jetzt 36 schnell so mal gucken ob wir jetzt schon die 50.000 knacken ich denke mal nicht aber ja keine ahnung so 19 lang habe ich jetzt gerade kommen jetzt wieder 19 ok wird knapp also ich glaube wir müssen hier ein bisschen mehr noch um zu kriegen so 1000 42.000 lang habe ich jetzt jetzt habe kommen wir fertig schaffen was ich nicht ganz verstehe ist hier mit space world schickt nicht was wir hier machen müssen also wir haben zwei aufgaben aber wie so nochmal durch die ganzen mückenstiche die gehen auf den sack wenn ich dann das 50.000 eigentlich mal tun würde werfen oder eine ahnung das machen soll ja muss ich kommen so wie leute das war nicht gewollt so ich hoffe mal hört dass ihr mir noch nicht ich habe etwas klicken müssen so so haben jetzt gibt mir die wo eine müssen wir jetzt erst noch eine runde machen doch zum holen das ist doch zum heulen dann warten wir mal kurz bis wir klicken können ich glaube ab 10 kann man jemand klicken kann man doch nicht okay okay jetzt kann man klicken so ja wir haben jetzt fast die 37 pausen geschaffen so ok let's go okay jetzt schaffen wir aber definitiv die 50.000 jetzt müssen wir die auf jeden fall schaffen so haben schon wir schaffen das so Mann. komm ja wir haben die 50.000 perfekt dann kann ich nämlich jetzt schön das 50.000 eigentlich holen mal gucken was da drin ist und wie viel gleichkeit der hat weil wir haben aktuell ja nur 10 so werden die auch aufgelegt das stimmt ja die die leben ja auch auf ok und ein level 4 100 also wir haben gerade 183 wie weit geht es bis 20 ok 50.000 was kriegen wir was kriegen wir was kriegen wir ja okay wir haben die schlecht ist denn überhaupt bekommen aber er hat tatsächlich 19.000 deswegen gucken wir die noch mal ja die sind jetzt bei 42.000 ok wir haben jetzt noch 1000 winz dann können wir hier noch mal holen eine banane hätte ich noch nie und jetzt können wir hier mal kurz kriegen hat auch ich habe schon zwei bananen davon ok habe alles alles wieder zurück hier hallo drücken sie schnell man wird ist auf jeden fall definitiv besser und er wird sich schnell gedrückt weil ich tatsächlich was an zum drücken warum sind die alle eigentlich so schnell auf einmal bei mir dauert das thema so ewig bis ich mal angekommen bin was eigentlich das hier für und ich bin da so müde hier von zwei ich bin die alle hier weg machen aber ich lasse motto so also ich weiß nicht mal ich weiß auch nicht was das hier beides soll also wie was wie man 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 ok wann bin ich mal hier fällig ist wieder ewig ok jetzt bin ich fertig ja nur noch 321 und geschafft ok kommen uns hier noch mal ein eifel 750 weil ich unbedingt irgendwie jetzt mal ein hier endlich so jetzt kann ich den nämlich hier so zack und alle kosten mit ok ja leute wenn euch das video gefallen hat das gerne leiten aber und kommentar da schaut aus dem auch mein disco vorbei das würde mich sehr freuen traumhaft aus dem auch ein bisschen aus dem auch ein